Neue Aufnahme, neues Glück. Wir haben gerade gemerkt, dass wir ein bisschen schwarz sind auf der Aufnahme. Tut uns leid, wir sind hier noch am Rumprobieren, weil der zweite Bildschirm fehlt, der uns vorher super beleuchtet hat. Wir haben jetzt aber eine tolle Lampe und hoffen, dass es jetzt ein bisschen besser ist. Der Schrei am Ende dürfte, glaube ich, aber das wegmachen. Ich denke auch, ja. Foddy ist dran, bei der Supertime-Szene mit dem brennenden Foyer, was auch immer. Wollen wir mal sehen, ne? Ich habe die Kopfhörer gar nicht auf. Uiuiui. Das geht mir mal so leise. Ich glaube, dass das Alien weg ist. Ich glaube, das wird weggesprengt. Ja. Du musst hier raus, ne? Ey, deine Leben gehen runter. Warum? Vielleicht brennt ihm drauf. Scheiße, wie komme ich denn hier raus? Hä? Stehe ich jetzt aber nicht. Was ist denn bei Leitern? Klettern! Da steht Klettern! Das ist doch heiß! Ach. Ne, eh. Fack. Hau rein, du kleiner. Sag, ne. Taste, hoch. Achso. Du musst dich immer drücken, ne? Nicht. Nur wenn es steht. Ne. Alter. Okay, das ist sowas auf Zeit. Ich glaube, ich habe zu spät angefangen. Ne, das ist einfach so ein Quicktime-Event. Achso, ja, ist echt recht. Auf Zeit, aber... Das ist dein kuss. Boah. So, dass Aiden er sich kommt. Mein Gott. Das ist doch heiß alles. Ich bin nicht da festgelebt. Mein Gott, ist das doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Du darfst jetzt auch ein bisschen Stress haben, nach den 30 Minuten... Ich will das nicht! Ich mag keinen Stress. Jetzt häng dich doch nicht so dahin, du Kleine. Ich weiß. Was? Zielen? Achso, das ist der Geräuschstück. Das ist der Geräuschmacher. Aber ich höre jetzt das Alien nicht. Ich höre nur... Ich hoffe, das ist nicht das Alien. Ich höre nämlich nur was... Oh man... Also ich schwitze immer noch von der Folge vorhin. Von den zwei Folgen vorhin. Ey, da war der blanke Horror. Ja, ich auch. Und wir haben jetzt auch ein bisschen leiser gestellt, weil es uns am Ende das Gehör fällt. Das Ohr weggesprengt hat. Das ist zu Sinn. Auf jeden, ey. Oh, ich habe keine Uhr. Ich habe keine Uhr. Ich weiß nicht, wann du angefangen hast. Ah, warte. Oh ja. 23, 44. F. Geht nicht. Wollen wir jetzt? Weiß ich nicht. Mach mal Q an. Also Q und was auswählen. Manchmal packt das wohl irgendwie rum. Ja. Ja. Ne, ich will den nicht bauen. Und jetzt F? Warum geht das nicht? Ne. Du drückst aber schon F, ne? Ist doch F. Ich bin doch nicht doof. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich kann ja mal wieder eine schöne Leuchtfackel auswählen. Ich kann es auch wieder Hand halten und anmachen. Ne. Ja. Aber das geht echt nicht, F. Um meine Taschenfackel. Obwohl ich... Ja? Mach mal die Leuchtfackel. Ja, die geht. Ja, da siehst du wenigstens was. Und siehst ja nicht, wo lange. Ah, da ist was. Schaut. Schaut. Oh Gott. Da vorne in der Ecke ist er. Rechts. Ja, weil... Du weißt es nicht warum. Wir haben eigentlich volle Batille. Weißt du was? Blöd. Ich gehe einfach mal durch den Aufzug hinter dir. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Da sind Alien drin. Schade. Wie soll ich denn da mit hinfahren? Siegst du? Ja, ich glaube, da mussten wir hin, oder? Ordentlich. Meine Mission vorhin war... Persönliche Mission war... Hau einfach ab. Nein, ich will das nicht. Mit dem Wagenheber. Strohunglein. Mit deinem Wagenheber. Das heißt Wartungsheber. Lass mein Wagenheber in Ruhe. Ja. Bringen sie die medizinische... Zürchter? Alien? Ja. Ich sehe vielleicht irgendwo mal einen Speicherpunkt, oder so. Einen alternativen Fahrstuhl? Warte, du Scheiße. Alles. Da ist ein Schacht. Eier. Passi jetzt. Ach, weißt du warum? Das war eine Anzeige für die Batterie. Es muss F gedrückt halten, um nachzuladen. Ach so. Jetzt wird er jetzt... Ja, jetzt kannst du anwarten. Deshalb... Das hat's vorhin ange... Ach so, habt ihr auch gesehen. Das hat angezeigt, dass die Batterie voll ist. Ja. Da liegt wieder was. Schrott einsam. Das Inventar ist leider voll. Links. Rechts geht nicht. Da ist auch was am Boden gewesen. Ein Sensor. Ja, geil. Boi, boi. Schläuche? Du schneid den roten Rad. Nein. Da liegt auch irgendwas in der Ecke. Flasche... Alkohol? Ja. Den können wir... Ach, warte mal. Kannst du dir die Rohrbombe schon mal einbauen, dass wir den mitnehmen können? Boi, boi. Kann ich das alles... Muss ich das alles drücken? Ja, dann hast du schon mal... Weißt du... Dann ist das wieder Layer. Das brauchst du nicht. Der ist jetzt... Das ist jetzt verbaut. Jetzt kannst du nämlich das Ethanol... Sag mal, den oder das Ethanol? Ich glaube, den. Kuh. Da ist das, Aileen. Ich hör's doch. Ich hör's doch schon. Hast du's nicht gehört? Doch. Oh, hier kann ich eh nichts hinter dir. Ne, ne, ne. Von da kommst du. Hinter dir. Da geht er auf. Aber das hat doch vorhin eine Ladung Feuer abgekriegt, ey. Warum ist das schon wieder da? Soll mal sterben gehen. Oh, das ist irgendwo eine Länge, ne? Da rechts liegt was. Oh. Aber ich glaub, die brauchen wir nicht so heftig. Mach mal eine Lampe aus. Du wirst auch nie was anziehen. Au. Mein Halt ist leer. Oh, hei. Ich hab das gut gehalten. Die waren aber Leute. Ja, ich hab's auch gesehen. Irgendwas war da. Aber da ist doch der Fahrstuhl. Du musst wahrscheinlich erstmal... Wo ist denn der Fahrstuhl? Da ist der Fahrstuhl. Achso. Strom wieder herstellen. Rechts blitzt es. Was ist da? Ach du. Da leuchtet nicht noch was. Mal gucken. Musst du nicht deine Quest aktualisieren? Ich muss doch in den blöden Aufzug. Ja eben. Der ist hinter dir. Ja. Du weißt, dass da Leute sind, ne? Ja, jetzt weiß ich's. Wo musst du hin? Hinter dir. Du musst da erst die Quest aktualisieren. Siehste? Ja. Du musst wahrscheinlich erstmal das Ding anknicken, da was dort blitzt. Achso. Kann man noch nix machen? Gleich da? Was sagt denn die Quest? Komm. Komm mal. Tipp. Ah, das Ding ist doch wirst du. Klingen sie. Da guck. Hier. Da muss... Hä? Da... Irgendwas musst du da machen. Dann kann ich gar nicht. Alternative. Ich soll in den blöden Aufzug aber... Kannst du da aufstehen? So. 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 Und jetzt da hin? Nö. Macht nix, ne? Den musst du ja reparieren, wie das aussieht. Strom wiederherstellen. Vielleicht einfach weiter zu den Typisch, ne? Also... Ich würde da nicht direkt zu denen hin, aber... Ja, aber hier ist ja gar nix, Emi. Du musst bestimmt irgendwas finden, um den zu reparieren, oder? Ja. Scheiß Vieh ist schon wieder in der Nähe. Ich würde da nicht geradeaus durch, ich würde da rechts durch den Schach... Ich glaube, ich würde das nicht... Du kommst da nämlich eh nicht da durch. Guck mal. Ja. Meine Batterie ist gleich schon wieder leer. Oh, warum? Weil du hast die vorhin die ganze Zeit an. Toll. Hä? Rechts oder so? Ja. Ups, aus. F gedrückt heute. F gedrückt heute. Das ist einfacher. Willst du dich eigentlich mal heilen? Ja, wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Ja. Aber... Wo ist denn hin? Ich habe jetzt die Orientierung verloren. Präsentärchen. Ja, ja. Du bist... Reiß dich zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Warte. Kannste ich mir machen das Getrampel über uns mehr Sorgen? Wo musst du denn hin? Ich glaube, ich heile mich erstmal, ne? Ja. Wir haben zwei Medikids, kannst du ruhig eins... So. Der zeigt auch gerade nichts an, der irgendwie... Soll ich das jetzt fressen? Ja. Ja. Halten. Geh mal auf. Das sind eh Kisten. Ich glaube nicht, dass die Leute, die ich da sehen. Das sind Kisten. Alles klar bei euch? Mahony! Zum Glück! Wir wurden angegriffen. Plünderer! Wir haben das Überwachungsband gesehen. Könnt ihr nach oben kommen? Wir sitzen in der Falle. Der Aufzug geht nicht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da hätten wir doch. Wird schon gehen. Ich werde mich jedenfalls sicher nicht mit den Dingern anfreunden. Ich dachte, ein Toter? Mhm. Oh. Aber wir müssen wohl in dieses Lager. Oh, da steht eine direkt vor dir. Ja. Ja. Wo müssen wir denn hin? Ist da gerade aus? Nix mehr aus. Ja, doch. Eben. Ähm. Du hast eine Rauchbombe. Wirst du die mal benutzen? Was soll ich denn hinwerfen? Soll ich denn hinwerfen? Kann ich ja nicht. Ich würde da mit dich reinwerfen. Kann ich ja nicht. Klar kannst du. Ja, aber du musst da ein bisschen weiter machen. Aber der steht ja direkt da. Ich weiß nicht. Der geht doch bestimmt wieder weg. Oh? Der wird doch da kein Picknick veranstalten, oder? Äh. Nee. Wir haben, wir sind eh in der Nähe. Also. Haben eh gerade gespeichert. Müssen wir eh mal wissen, wo die Tür ist. Du kannst, wenn du key control. Mit kleinen Finger. Nee. Eins weiter unten. Mit der Taste. Wenn du W drückst. Beides gleichzeitig. Kannste drüber gucken. Ach so. Soll ich den das einfach auf den Kopf werfen, oder was? Schaffst du das dieses Mal? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wer folge? Ich glaube folge 8 oder 9 ist das. Wo Pony so ganz episch. Den Geräusch macht. Vor die Füße wirft. Ja. Ich hoffe der macht nicht so Boom. Nicht. Da hin. Du musst da hin, wo die stehen. Ich glaube schon nicht direkt vor deiner Fresse. Wo ich drüber gucken kann. Ja. Oh, da steht er. Voll. Steht er gut. Aber man sieht den Kopf immer ein bisschen nach oben. Siehst du ihn? Mhm. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Da frage ich mich auch. Ich hoffe gerne. Wir müssen wahrscheinlich geradeaus, ne? Ja. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber... Ich weiß nicht wie das werfen soll, Mann. Genau wie die Leuchtfacke. Das weißt er ja mittlerweile. Mit R zielen und... Ja, R und dann feuerst du mit... R meinte, dass du das dann hinlegst und dann wird das zeitverzögert oder so aktiviert. Ach so. Oh, das ist ne schlechte Idee. Soll ich den jetzt einfach auf den Kopf werfen? Aber dann sehen die mich ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß, vielleicht gehen die auch dahin. Du kannst einfach ein Leuchtfacke. Okay, irgendwas. Wir schaffen das schon. Wir sind nicht so weit weg davon. Haben wir den Speicher. Der steht schon wieder direkt hier. Ich hab das Gefühl, der geht da auch nicht weg. Ne, ne, der war gerade schon weiter weg. Jetzt ist er weiter weg. Ich geh nicht weil er langweilig ist, sondern weil ich müde bin. Ne, weil... Ich weiß nur, dass wir hungrig sind. Ja, keine Ahnung. Ich kann eh nichts machen. Ich probiere einfach irgendwas. Uuuhhhhhh. Aber schmeiß schnell. Und jetzt geht er in die Kiste geradeaus. Genau. Warte. Und jetzt... Geh da geradeaus. Versuch's einfach. Versuch's einfach da gerade... Ich, ich, ich. Ich muss mich hier rauslegen. Da. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Habt ihr das gehört? Und? Ihr habt nichts gehört. Ihr habt nichts gehört. Ihr habt gar nichts gehört. Ihr habt gar nichts gehört. Scheint geklappt zu werden, ne? Und jetzt? Alles auf. Keine Ahnung. Und wer da? Was haben wir? Hä? Quatsch. Ne, ne, das stimmt schon. Woanders ging es durch. Wir müssen zum Lager. Da geht's hoch. Da ist ne Tür! Da! Was steht denn da drum? Storage! Das hört sich doch schon... Komponenten-Dings da! Da müssen wir doch hin! Da geh ich wohl mal rein. Ja. Scheint gut zu sein. Ich hoffe, dass Alien kommen könnte. Bist richtig gefickt, ey. Da ist doch voll eng. Ja, da kann ich ja auch nicht verstecken oder so. Guck mal, links. Guck mal, links. Kommt ich nicht da. Okay. Kommt mir doch irgendwie... Molotow-Koktel! Ah! Oh! Hoppla! Ups. Zinsucht. Ist da gerade auch rein. Ja, den hast du aber vorhin angesammelt. Oh, da darf ich gucken. Rrrr, kann ich da nicht? Pfff. Hallo. Punkt, genau. Nein! Wieder was zum Lesen für euch! Och, das muss doch nicht sein! Mach weiter unten! Dann können die... Wer es lesen will, kann dann... Ging ja nicht weiter, glaube ich. Da war doch noch ein Satz! Ja! Ja. Okay, sogar. Kannst du abspielen? Kann man hören. E! Oh! Oh! Die sind heiß! Also, ich würde nicht diese Hibis nehmen. Nee, die sind so unzuverlässig für dich! Die sind nicht so unseriös. Unseriös? Mhm. Oh Gott, da blickt ja überall! Das war's. So eine Tür? Ja. Das ist doch nichts. Ja. Du kannst auch, wenn du Control und dann E oder D drückst... Äh, E... Nee, Quatsch! A oder D drückst, kannst du auch so seitlich rumlinsen, ne? Puh, äh, Control... Und dann E... Siehste? Das habe ich ja vorhin gemacht, wo du gesagt hast, das geht nicht so um die Ecke. Fäh! Jetzt weiß ich nicht, R oder was. Ich gehe mal davon aus, dass wir links den Gang entlassen müssen. Aber wir sind ja von rechts gekommen. Lass uns erst mal unten gucken.